Was die neue Saison anbelangt, wird es natürlich wie immer schwer werden, Bamberg zu schlagen, weil Herr Stoschek ja sicherlich keine Ruhe geben wird, wenn Bayern München aufrüstet. Und das wird eine spannende Saison, in der Hoffnung, dass wir am Ende, das sage ich ganz deutlich, wir wollen Meister werden. Wir müssen uns im Klaren sein, nicht nur wir machen Schritte, auch andere. Bamberg, Berlin, die Großen im Basketball wie die Griechen, wie die Türken, wie die Russen, wie die Spanier, die werden das auch machen. Also das wird natürlich nicht einfach sein, aber mittelfristig ist es sicherlich ein Ziel, nicht nur national eine Größe zu sein, auch international. Und da haben wir noch viele Aufgaben. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr noch attraktivere Spiele im Auditom erleben. Und ich freue mich ehrlich gesagt sehr auch auf diese Saison, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir dieses Jahr eine wesentlich bessere Mannschaft haben als im letzten Jahr.